Moin Moin was geht ab hier ist der Twitch Spielern im Start und ich mache jetzt einfach mal so Schastverfahren einfach mit so einem Arena Video weil einfach ich Bock drauf habe meine erste Runde also nicht direkt erste Runde aber ich bin jetzt einer Stunde nicht mehr am Playstation spielen also ja Alami, hallo mein Freund Alami das muss ich mir holen aber ach komm scheiß drauf ich hol's mir ich wollte einfach nur so eine ganz entspannende Runde zocken und dann sehe ich plötzlich das Lame hier ja gönn dir Bruder gönn dir noch ein ist auch mal wichtig gut mit Zauberchen auch erstmal boah das war sogar 2 Begys oh mein Gott ja man muss schon sagen das ist heftig das ne 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 find ich nice finde ich einfach nice und wenn da auch ne Eier drin ist finde ich's auch geil eine Pumpgun ist okay meine Güte und da ist einer Das würde ich nicht sehen, Digga. Als ob ich so blind bin. Ja. Die arme Falle, Alter. Ja, ich bin doch nix zu campen. Oh, gut ne. Komm, wir werden den so hart pushen. Wenn ich wisse, von wo der andere schießt. Ja, moin. Ja. 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 Also langsam auf sich, packen die mich ab. Ja. 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 Juni, ich hasse dieses Drecksgetörtel, Digga Wir müssen in die Zone, du Wichser Oh, sorry Das war's komplett Ist so dreckig Das war's komplett Das war's komplett Digga, er ist so behindert, Digga So lost, Alter Und das finde ich halt jetzt wiederum belastend Ich hab das nicht ernsthaft überlebt, Digga Wie konnte ich das überleben? Jetzt kann ich mir ganz schnell ein Biggo Dann geh ich mir noch ne Bandage Und dann nehm ich meinen Raketenwerfer wieder Oh Das war so close Das ist halt immer noch meine erste Runde heute, ne? Okay, da oben ist einer Oh nein War ein bisschen Loot Drop Aber ich kann da nicht hin Weil da ist noch einer Okay, das macht mir echt Panik, dass hier die Tür offen ist Erstmal zumachen, wie man den kennt Also da oben ist einer Pik nochmal, pik, pik einmal noch Komm Tu's für mich, pik noch einmal Dann geb ich dir schön Ein paar, zwei, drei Stück Komm, let's go Pik halt nicht, tu's da, ey Loot Drop ist da Ich geh mit der Zone Auch wenn ich schon genau hinter mir ist Der Arme Ich habe vergessen, dass wir hier Arinder spielen Und nicht die Gegner fort sind Der ist nicht in der Zone Der muss auch loslaufen Ich pushe dir jetzt Mein Raketenwerfer Ich versuchze Schlaf Die Hier Nein 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 Das war's. Ok, jetzt ist es 101. Er ist gut, er ist gut. Aber ich bin auch gut. Oh, der Arme. Er hat halt einen Sniper, ich ne? Und das ist das, was ihn belastet. Oh, der Arme! Das war's. Ja, das war's für ihn. Ja, let's go. Let's go, Jungs. Okay, dann würde ich sagen, dieses Video beende ich dann auch mein Video. In dieser Sinn, würde ich sagen, wieder schauen und rein.